Herzlich Willkommen zu einem neuen Livestreamer Max Janssen auf dem Kanal wir wollen heute als ein Noob Skin sein ja und ein Freund von mir der ist Fabi der will er guckt auch gleich ja Fabi guck mal mein Livestream jetzt und ja ich zeig euch erst mal alle meine Skins wartet ein paar Jahr und ja jetzt ich kann jetzt wieder vor euch sieht alle meine Skins ich nehme mal den Noob Skinny und ja aber ich nehme mal den Noob wieder Fabi wenn du es bist schreib Hi hier sieht die normale meine Skins ich nehme mal so oder so und ich hoffe lasst den Daumen da wird es euch sehr gefällt und ja Fabi schreib mal ja wenn du das bist Hallo ich bin ein kleiner Noob ich bin ein kleiner Noob so ich bin ein kleiner Noob ja ja jetzt zeig' ich euch mal wie er pro spielt aber so richtiger Pro-Woody So. Was will dieser Trainer? Was? Ich hab die Waffe wieder am Start. Sieht ihr hier direkt 2 Kills? Die denken alle, ich mach alle anbauen. Auch gekillt. Sieht ihr, wie gut ich alle killen kann? Ich hab die Waffe wieder am Start. Ich hatte, dass hier das kohlen ist. Ich hab die Waffen und reinzufangen. Ich hab die Waffe wieder anbekommen. Ich hab die Waffe wieder anbauen. Ich werde es zuerst sagen. Ich hab die Waffe wieder anbauen, ich habe den Weg wieder anbauen. Loll! Das ist gut. Fuck, Alter, aber ihr seht, wie viele Kids ich hatte. Fabi, schreib mal Hi, wenn du das bist, bitte. Ich freu mich. Komm, ich warte Ehrenmann, Ehrenmann. Ich zeig euch jetzt mal wie ein Pro-Spiel, aber das war gerade übelst extrem Baba. Ich zeig euch mal wieder die Noobie, Noobie, Noobie. Oh, ich hab Geld, 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 Geld. Okay... Fabi, guckst du mich nicht mal an? Lass dir ein Like dafür. Du-du-du-dududu-dudum-dudum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich schwör... Ich mach jetzt alle Headshot tot. Ich schwör. Siehst du hier? Siehst du? So macht man. Haha. Kann doch nicht mal treffen! Oh, Bruder! 1Lz ok 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 1Lz 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 2Lz 1Lz 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 das kann ich gesehen tschüss ame nacken und auf Fuck, gott ihr? Boht, Baba! Baba Lutz, sag ich mal nur. Bist du- Bist du- Bist du- da gönnt sich ein paar schelies verboten ich schwör diga die geht sich einfach so die entspannten hasen schelies hier war irgendjemand ich hab erstmal hier auseinander alle genommen ich hab auch die umfängsten waffen von allen ich hab ihn mit mir schwör bitte bitte ich hab ihn mit mir schwör bitte ich hab ihn mit mir holz sehr gut aber generell ich brauch holz zu verschwendung ich hab ihn mit mir ab den Oh, wow. 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 Musik Ich schwöre, ich mache heute die Epo. Oh, was war hier los, Digga? Camper, oder was? Fabi, Fabian, schau mal, ob du das bist, ja, oder nein. Oh, sieht der mein Bodyguard, geiler Bodykick, das riecht ja Playboy. Ich hab hier geht's. Seht ihr? Ja, er ist Playboy. Seht ihr? Er ist Amina John Cena. Aber ich bin hier King Julian. Oh, das ist schrattes Musik. Ah, nein, nein. Oh, Buddha. Ja, 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 ja. Ich bin hier, ich bin hier. 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 Fuck Digga, ich brauche Gegner. Musik Ist das ein Portal? Ja. Da oben ist mein Skin, ich schwöre auf Gott. Warum da liegt einfach mein Skin? Musik 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 Welcher Typ hat mich dir angeschossen? Was tut das? Da siehst du wieder mal Pussjunk da. Da siehst du wieder mal Pussjunk. Hey, you love me. Well what is it? You love me, you're united. Oh, Buddha. You love me. Well what is it? Der so mit deiner Schrottwaffe und ich komme mit P90, ich rasier die, ich mache Epic Win, ich schwör. Fabi schreibt Kommentare, Epic Win, ja oder nein. Hey digger, fucking ernst. Der Typ kann einfach nicht bauen. Was war mit dem los? Habt ihr das auch gesehen? Ja, der hat einfach nichts drauf. Ganz ehrlich, ich nehme POM. Ja, der einfach braucht keine Päsch videre. Ichинische Musik. Ja, dieser ist wirklich aber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh geil Ist mal epic und ich schwör Fabi der labert nur scheiße Wie jedes Mal Ich hasse mal diese kleine Pussys, die Angst haben Digger, hab ich die nicht gesehen? Ganz ehrlich Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Oh Fuck das ist der war drauf der war drauf ich schwöre ich schwöre der bauch drauf aber auch egal der typ ist immer nur blind der bauch drauf aber auch egal der bauch drauf aber auch egal als ob wo ist der ich fick deine mutter von hinten ich bin besser als deine mutter von hinten ja komm eins gegen eins ja du bist ein opfer also ich trage das farblich war eine epic gewinnung der mit seiner scheiß tischuart ich bin besser als ob du 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 Fuck. Die groß ist jetzt hin. Oh! Scheiße! Fuck! Der hat doch Verbänder, oder nicht? Der hat doch Verbänder! Oder? Boah, lieber. Scheiße, irgendeinen Gegner hat hier. Verbänder. Wohin? Was? Nein! Warum? Was? Arschlich, Alter. Was? Komm, Gigi. Du musst auch etwas holen, was. Was? Der Typ denkt, ich weiß nicht, wo er ist. To taste the situation! Mann! Fuck! Oh! Fuck! Oh, hab ihm zwei Hits gegeben. Hab ihm noch einen Hits gegeben. Und jetzt noch zwei Gegner, die ich von hinten ficken werde. Oh! 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 War ihm noch ein Kuss getrunken? Ja oder nein? Ich beantworte die Frage jetzt. Oh, 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 oh. Und ich weiß wo der andere ist, nur ich weiß wo der andere ist, nicht ihr, nur ich. Und ich weiß wo der andere ist, aber ich weiß wo der andere ist, aber ich weiß wo der andere ist. Ich weiß wo der andere ist, aber ich weiß wo der andere ist. Ja wie denn, wenn ich geflogen bin? Alter wie im Sohn. okay dann mann der hat aber gehekt ich schwöre es dir der mann sind scheiß raketen war vielleicht wohl jetzt noch ein epic win mit einem noob skin genau mit einem rabi hör auf dicker du bist ein penner der lutscht immer schwänze wisst ihr das ich mache mal jetzt spiele wiese wie ich es alle ranzieren die wissen nicht alle müde ich bin ich bekam und die fallen alle so um und schwöre mal wieder hallo lol alle klappen ich werde dich alle von hier nicht picken sag ich jetzt schon mal ich werde jetzt alle von hinten rasieren alle alle wo ist hier bam, headshot, bam, headshot und alle sterben was? was? wieso? wo gehen wir hin? Mama Mama one minute Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, das liebe ich zu sehen immer. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.